Hallo zusammen, heute erkläre ich euch, wie man Winkelmaße zwischen 20 schneidenden Geraden berechnen kann. Erstes Beispiel, gegeben sind hier zwei Geraden. Die Vorgehensweise ist folgende. Erst das steht, fertige eine Zeichnung an. Und wir wollen dann diesen Winkel hier berechnen. Kurze Wiederholung, wie man die Geraden einzeichnet. Zuerst brauche ich die Steigung, das ist der Faktor vor dem X, hier 0,5. Den gebe ich am besten als Bruch an. 0,5 ist 1,5. Bei dieser Geraden, der Faktor vor dem X, ist minus 2 Drittel. Als nächstes, hier der Wert ohne X, 1,5, das ist der Y-Achsenabschnitt. Also auf der Y-Achse bis 1,5 gehen. Und 1,5 bedeutet jetzt 2 nach rechts, 1 nach oben. Das heißt, von hier 2 nach rechts, 1 nach oben, diesen Punkt kann ich markieren, und hier die Gerade durchzeichnen. Das gleiche für die blaue Gerade. Wir beginnen mit dem Wert ohne X, hier der Y-Achsenabschnitt bei 3, also Y-Achse bis 3 gehen. Hier ist mein Startpunkt. Minus 2 Drittel bedeutet jetzt 3 nach rechts und wir gehen dem Minus 2 nach unten. Also von hier aus 3 nach rechts und 2 nach unten. Hier markieren und jetzt kann ich hier diese Gerade durchzeichnen. Zweiter Schritt, zeichne eine zur X-Achse parallele Hilfsgerade durch den Schnittpunkt der beiden Geraden. Hier ist meine X-Achse und die verschiebe ich jetzt parallel, dass sie durch den Schnittpunkt der beiden Geraden geht. Das Ganze schaut dann so aus. Und ich erkenne, der Winkel Y setzt sich aus diesen beiden Alpha-Winkeln zusammen. Dritter Schritt, berechne für beide Geraden jeweils das Winkelmaß Alpha mithilfe des Tangens. Da ist ganz wichtig zu wissen, die Stärkung ist das gleiche wie Tangens von Alpha. Meine Stärkung kenne ich ja hier von den Geraden, das heißt, die setze ich ein. Das bedeutet, der Tangens von Alpha ist meine erste Stärkung, hier also 0,5. Jetzt möchte ich, dass Alpha alleine dasteht, der Tangens muss weg. Ich rechne das Gegenteil auf beiden Seiten Tangens hoch minus 1, also die Umkehrfunktion. Der Tangens hoch minus 1 von 0,5 ergibt ca. 26,57 Grad. Das gleiche mache ich für die blaue Gerade, also Tangens von Alpha ist gleich die Steigung, hier also minus 2 Drittel. Auch jetzt hier wieder auf beiden Seiten Tangens hoch minus 1. Tangens hoch minus 1 von minus 2 Drittel ergibt ca. minus 33,69 Grad. Ich weiß ja jetzt, Epsilon setzt sich aus diesen beiden zusammen. Habe ich hier allerdings ein negatives Winkelmaß. Ich möchte aber ja nur die Werte haben, also ohne Plus oder Minus. Daher rechne ich jetzt für Epsilon den roten Winkel plus den Betrag vom blauen Winkel. Also 26,57 Grad plus und jetzt nur diese 33,69 Grad. Das macht insgesamt 60,26 Grad. So groß ist dieser Winkel hier. Allerdings gibt es ja noch einen zweiten, nämlich diesen Winkel hier. Der grüne und dieser Winkel zusammen ergeben einen gestreckten Winkel von 180 Grad. Wenn ich von 180 Grad jetzt diesen grünen Winkel abziehe, bleibt dieser hier übrig. Und das ist also der zweite Winkel zwischen den Geraden mit 119,74 Grad. Beispiel B. Gegeben sind jetzt diese beiden Geraden. Vorgehensweise ist wieder die gleiche. Erster Schritt. Fertige eine Zeichnung an. Die Steigung hier ist die 3 vor dem X und als Bruch 3 Eintel. Und 0,5 vor dem X ist 1,5. Beide haben den Wert 0 hinter dem X. Das heißt, wir beginnen beim Ursprung und hier 3 Eintel bedeutet 1 nach rechts und 3 nach oben. Und hier 1,5 bedeutet 2 nach rechts und 1 nach oben. Zweiter Schritt. Zeichne eine zur X-Achse parallele Hilfsgerade durch den Schnittpunkt der beiden Geraden. Hier ist die X-Achse und die geht schon durch den Schnittpunkt. Das heißt, die bleibt einfach so. Ich erhalte wieder zwei Winkel, den roten und den blauen. Dritter Schritt. Berechne für beide Geraden jeweils das Winkelmaß Alpha mithilfe des Tangens. Benötige wieder diese Formel. Die Steigung ist das gleiche wie Tangens von Alpha. Das heißt, ich setze meine erste Steigung ein. Die ist hier 3. Das heißt, Tangens von Alpha ist das gleiche wie 3. Der Tangens soll wieder verschwinden. Daher auf beiden Seiten Tangens hoch minus 1. Tangens hoch minus 1 von 3 ergibt ca. 71,57 Grad. Das gleiche mache ich für die Blaugerade. Hier ist die Steigung 0,5. Also Tangens von Alpha 2 ist gleich 0,5. Auch hier soll der Tangens verschwinden. Daher auf beiden Seiten Tangens hoch minus 1. Tangens hoch minus 1 von 0,5 ergibt ca. 26,57 Grad. Das ist die Zeichnung wichtig. Denn wir erkennen, den Winkel Epsilon erhalte ich, wenn ich den roten Winkel von hier minus den unteren blauen Winkel rechne. Dann bleibt der obere Teil übrig, also Epsilon. Das heißt, wir rechnen für Epsilon Alpha 1 minus Alpha 2. Das Ganze eingesetzt, also 71,57 Grad minus 26,57 Grad ergibt 45 Grad. Der zweite Winkel ist ja hier zwischen rot und blauer Gerade auf dieser Seite. Der grüne und dieser Winkel zusammen ergeben 180 Grad. Ich rechne also 180 Grad minus den grünen Winkel, dann erhalte ich den zweiten Winkel, also 180 Grad minus 45 Grad sind 135 Grad. Letztes Beispiel. Gegeben sind diese beiden Geraden. Vorgehensweise wieder zuerst. Fertige eine Zeichnung an. Die Steigung hier, minus 5 ist der Faktor vor dem X und minus 5 als Bruch ist minus 5 Eintel und hier minus 0,8 als Bruch ist minus 4 Fünftel. Zweiter Schritt. Zeichne eine zur X-Achse parallele Hilfsgerade durch den Schnittpunkt der beiden Geraden. Hier ist wieder die X-Achse. Die verschiebe ich parallel durch den Schnittpunkt der beiden Geraden. Schau dann so aus und ich erhalte wieder meine beiden Winkel Alpha 1, Alpha 2. Dritter Schritt. Berechne für beide Geraden jeweils das Winkelmaß Alpha mit Hilfe des Tangens. Ich brauche wieder meine Formel. Steigung ist das gleiche wie der Tangens von Alpha. Also Tangens von Alpha von der ersten Steigung. Hier minus 5. Und jetzt soll Alpha 1 alleine dastehen. Der Tangens muss wieder verschwinden. Daher auf beiden Seiten Tangens hoch minus 1 von minus 5 ergibt ca. minus 78,69 Grad. Das gleiche mache ich für die blaue Gerade mit der Steigung minus 0,8. Also Tangens Alpha 2 ist gleich minus 0,8. Hier auf beiden Seiten Tangens hoch minus 1. Tangens hoch minus 1 von minus 0,8 ergibt ca. minus 38,66 Grad. Jetzt erkenne ich wieder in der Zeichnung. Den Winkel Epsilon erhalte ich, indem ich von dem roten Winkel hier den blauen Winkel abziehe. Da ich aber jetzt negative Winkelmaße habe, brauche ich wieder den Betrag davon. Das heißt, Epsilon ist der Betrag von Alpha 1 minus der Betrag von Alpha 2. Die beiden Werte einsetzen und jetzt zusammenrechnen, dann erhalte ich 40,03 Grad. Ganz wichtig, es gibt ja einen zweiten Winkel von blau zu roten Geraden. Also hier der grüne und dieser Winkel zusammen ergeben wieder 180 Grad. Das heißt, ich muss von 180 Grad den grünen Winkel hier abziehen. Und damit erhalte ich für den zweiten Winkel 139,97 Grad. Hat euch mein Video geholfen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal an eure Klasse und Freunde weiterempfehlen würdet. Vielen Dank und bis bald.